ja hallo schön dass ihr wieder mit dabei seid bei tommyx live stream let's play rimworld unsere kolonisten haben sich wieder erholt vom letzten mal wir haben die basis einigermaßen wieder aufgebaut haben jetzt neue lagerflächen deklariert und werden natürlich schon wieder angegriffen hier von irgendeinem stamm es kann echt nicht wahr sein aber wir werden jetzt das erste mal das geschütz erleben der hoffe ich zumindest und wenn die leute hier durchgehen dann sehen sie erst mal hier links rechts um da ist was sind ja die ganze stein durch und hier hat ein rieden fault hier ist das geil so da kommen sie auch schon gehen wir mal alle in angriffsstellung oh hoher oh 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 auf den kopf so da kommen auch schon die nächsten der erste ist da erstmal spicern so macht man das nämlich immer von realität zu realität von möglichkeit zu möglichkeit zu möglichkeit Frame für Frame was willst du die muss hier hinten hinschießen ne quatsch die greifen wir hier an Nahkampf an Tom natürlich auch du ziehst dich zurück bitte oh oh ihr müsst bitte auf die hier schießen sonst kriegt der noch einen ab Nahkampf 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 Da sind sie down weiter geht er Zwischenspeichern alle mal einen Vorrücken ne alle mal ein bisschen zurück hinter das Geschütz alle mal so ein bisschen aufstellen die ne Waffe haben außer Tom wo ist er töten Oma doof hier Oh da muss doch mal jemand treffen Oh da muss doch mal jemand treffen Nächster Oh ja da hat er getroffen Nächster Oh 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 der Baum ist schnell Uuuuuh in nem Baum Weiterschießen Weiterschießen in nem Baum Weiterschießen in nem Baum Ich will ihn mal kurz abspeichern 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 Oh ja Guck mal da flüchten sie Da können sie nämlich nicht mehr So Ray du kommst dich bitte sofort auf Toros Der Rest bitte Oh Gucken dort nicht verbrennt ne Mach mal hinterher hier Aber nicht durchs Feuer laufen bitte Guck mal wie sie da panisch durch die Tür wollen Haha Hier kommt heute keiner Guck mal Oh oh Du hast mal jetzt bitte aufzuschießen hier Alter fuck Direkt rein Oh nein Oh oh Du hast mal jetzt bitte aufzuschießen hier Oh Das war nicht gut Das war überhaupt nicht gut Oh Eieieieieiei Das Ding packen wir am besten weg Das macht nur Ärger Ihr könnt ja an der Stelle wieder vorspulen T strengthenfужange 2 2 2 sichern 3 So, da sind wir wieder. Vivian, bitte einmal das Ding gefallen. Moment. Äh, bitte fallen lassen. Und, was kannst du? Na, komm, dann schnappst du dir mal den Speer, oder? Ui, Nahkampf 16. Okay, dann schnappst du dir mal den Speer. Hohoho, an der Mauer, also niedergelassen Kätzle hier, Alter. So einer ist abgehauen, so wie es aussah, oder? So, das war's, Mister, Mister Kröde. Okay, ja, damit haben wir den Angriff, Gott sei Dank, abgewehrt. Wir müssen jetzt sofort die Wunden versorgen, sonst gibt das eine böse Infektion. Ähm, ja, so sieht das aktuell aus und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So, das war's.